Hallo zusammen. Kater Toni läuft auf dem Rand eines fünfeckigen Beets immer in Richtung der Pfeile. Das fünfeckige Beet könnt ihr hier sehen. Hier ist unser Kater Toni und er läuft immer in Richtung der Pfeile. Er startet an der Ecke A und läuft insgesamt 50 Meter. Wo ist Toni dann? Zwischen A und B, zwischen B und C, zwischen C und D, zwischen D und E oder zwischen E und A? Er läuft insgesamt 50 Meter. Was sollten wir zunächst einmal herausbekommen? Na ganz klar, wir müssen unbedingt erstmal herausbekommen, wie lang eine Runde ist. Und wenn ihr mal schaut, die Runde setzt sich zusammen aus 4 Meter plus 5 Meter plus 2 Meter plus 6 Meter plus 3 Meter. Und das ergibt insgesamt 20 Meter. Und wenn wir uns jetzt einmal die 50 Meter nehmen, die unser Kater Toni läuft, dann können wir einmal überlegen, wie viele Runden das sind. Eine Runde besteht also aus 20 Meter. Und wenn wir die 50 Meter jetzt einmal zerlegen, dann können wir sagen, dass die 50 Meter gebildet werden können durch 20 Meter plus 20 Meter, also 2 Runden. Noch einmal 20 Meter passt in die 50 Meter nicht rein, aber es bleiben noch 10 Meter übrig. Das heißt, wir können sagen, dass unser Kater Toni insgesamt 2 Runden läuft und dann noch 10 Meter. Er startet in A, dann läuft er bis B 4 Meter, bis C 5 Meter und 4 plus 5, das ergibt zusammen 9 Meter. Er läuft aber noch 10 Meter, also muss er zwischen C und D dann zum Stehen kommen. Und damit ist die Antwortmöglichkeit C die richtige. Alles Liebe, alles Gute und bis bald!